Er hat Hamra Lasch zur lebenslangen Verbannung verurteilt. Also läuft dieser Schurke immer noch frei rum. Das ist zwar bedauerlich, aber die Hauptsache ist, dass ihr dem Rauschkrautschmugelein Ende bereitet habt. Habt ihr noch mehr zu berichten? Nein, im Moment noch nicht. Damit haben wir schon mal das abgearbeitet. Da fehlt eigentlich nur noch Moorbrücker Sümpfe, der Torfstecher. Und wir sind den falschen Weg hochgegangen. Ich frage mich, wo die Tür hinführen soll, wenn daneben eigentlich gleich der Thronsaal ist. Außer natürlich, die führt auch dort rein. Oder was heißt Thronsaal? Ja, doch, die führt auch da rein, aber ist geschlossen. Na, wie kann der Graf von Ferdag euch zu Diensten sein? Er ist Bauchredner. Ich komme so aus Mooroloch und habe euch etwas Wichtiges mitgebracht. Doch, nicht etwa. Wenn ihr euren neuen Spielerhammer am Mainz habt, habt ihr da beträgt. Seid her. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ihr habt ihn. Tatsächlich. Doch, wie kommt es, dass ihr mir den Hammer bringt? Ich hatte doch geheimrat Gerling damit beauftragt. Ich habe Gerling Mooroloch getroffen. Er war der Meinung, dass es weniger Aufsehen erregen würde, wenn ich mich das auch annehmen würde. Ich wusste, dass ich mich auf Gerling verlassen kann. Und dank an euch, dass ihr euch bereit erklärt habt, die Angelegenheit zu regeln. Ich weiß gar nicht, wie ich euch belohnen soll. Ein Anwesen in der Stadt habt ihr bereits. Und schnöde Dukaten würdigen eure Hilfe in keinster Weise. Lass es gut sein, Werther Graf. Eine Belohnung ist nicht nötig. Doch, ich bestehe darauf. Lasst mich nachdenken. Aha, ich hab's. Ich werde euch eine Waffe schmieden. Eine Waffe, wie sie ihresgleichen nicht hat. Naja, vielen Dank, aber das kann ich nicht annehmen. Es ist mir meine Ehre, eine aus eurer Hand geschmiedete Waffe zu führen. Sehr schön. Und dann kommt doch später wieder, um euch die Waffe abzuholen. Das werde ich tun. Lebt wohl. Ja, Hoscher. Gut, wir haben einen Hammer für Grovin abgegeben. Der Schmiedehammer hat das erforderliche Ritual durchlaufen. Und ich habe ihn Grovin übergeben. Ich habe mit Graf Grovin den neuen Schmiedehammer übergebracht. Jetzt kann er wieder in seiner Freizeit, seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Ja, Zwerg bleibt Zwerg. Graf Grovin hat mir als Belohnung für die Überbringung seines neuen Schmiedehammers angeboten, eine einzigartige Waffe zu schmieden. Ich soll später wieder vorbeikommen und sie mir abholen. Ich bin gespannt, was es werden wird. Hoffentlich was für Vorgrim. Glädis, so funktionieren Türen nicht. Gut, da verlassen wir die Grafenstadt. Und wenn ich die Grafenstadt, die Grafenresidenz und gehen zu unserem Kobold und hoffen, dass der ein Kraftelixier für uns hat. Willkommen, willkommen! Gefällt es dir auch, wenn es... Ja. Mutelixier, Intuition, Charisma, Finger, Konstitution, Kraft. Reicht da jetzt. 23 Dukaten, aber... Hoffentlich wird es die Waffe dann wert sein. Tag Fluxosch, ich muss mir mal deinen Ambus borgen. Um ein Flammenschwert herzustellen. Ja, grundsätzlich ist es... ... weder stärker noch schwächer als unser Flammensang. Allerdings verbrennt das Gegner. Und zwar ohne Chance, also scheint der Gegner jedes Mal Feuer zu fangen. Hm. Gut. Und das heißt, wir gehen jetzt in die Taverne. Hier steht noch ein... Oh, warte, wenn wir schon hier sind. Otto, wir haben hier Hühner für dich. Oh, hallo. Guten Tag. Ähm... Wo sind jetzt die Hühner? Das ist die Hühner, die Hühner kann man nicht verkaufen. Nö. Und sie zu benutzen, bringt auch irgendwie nichts. Aber die Fellfetzen können wir verkaufen hier. Gibt du mir mal alles, was zum Verstauen ist. Du hast, glaube ich, Anno Drachenblut. Und du hast nichts zum Verstauen, gut. Guck, da einen Hafen wollen wir nicht. Wir wollen zurück auf den Pryosplatz. Und du hast, glaube ich, Anno Drachenblut. Ich versuch mein Bestes. So, gucken wir nochmal in den Silberkug. Ob vielleicht unser Zwergenfreund jetzt dort drin ist. Koch, was riecht hier so komisch? Ah, der Braten. Travia, sehr danke, er ist nicht ganz ruiniert. Was wollt ihr in meiner Küche? Ihr habt ja... Okay. Wahrscheinlich hat das wirklich nichts mehr mit dem Zwerg auf sich. So, das heißt, wieder in unser Anwesen, das restliche Zeug rausschmeißen, was wir gerade nicht brauchen. Und dann geht's in die Moorbrücker Sümpfe. Du hast wahrscheinlich auch nichts Neues zu berichten über das Problem. Pryos, möge euch erhellen. Wie... Ja, okay. Das war jetzt nichts Wichtiges, deswegen habe ich mich da schnell durchgeklickt. Bin mal gespannt, was für eine Waffe wir dann noch von Groving kriegen. Dann bin ich froh drüber, dass das nicht passiert. Ja, es sind einfach leider zu viele Leute. Peenstaub packe ich mal da rein, Drachenblut packe ich da rein. Es sind leider ehrlich gesagt zu viele Begleiter, die man hier haben kann. Deswegen bleibt mehr als die Hälfte auf der Strecke. Die man auch gerne mal mitnehmen möchte. Ich meine, bestes Beispiel ist Nasreddin und natürlich da oben unser Miesmuffel, Jost. Aber auch Rulana. Aber auf der anderen Seite habe ich ein ziemlich eingespieltes Team hier, mit den dreien. Gut, ich könnte jederzeit Vorgrem gegen Rulana tauschen, aber... Nee. Oder Gwendala gegen Jost. Gledis würde ich um gern rauswerfen, weil Gledis ist unsere Schlossknackerin. Und Dranor... Ja, Dranor kann nichts. Warum bin ich rausgegangen? Oh, ich habe noch Blattgold. Ich rede gerade so viel und lasse mich ablenken. Das ist nicht gut. Das Blattgold noch weg. Hier herrscht so viel Betriebsamkeit wie auf einem Bohrensanger. Berastula. Ich bin Krieger, kein Wächter der Häuser bewacht. Nochmal ein Quicksave machen, sicher ist sicher. Und dann geht es ab in die Moorbrücker Sümpfe. Okay. Ein paar Wildschweine. Oka. Oka. Oh, der Oka hat Soldaten getötet. Oka. Oh, der Oka hat den Soldaten getötet. Er ist weg. Oh. Ja, gut. Gut, haben wir uns um den Ogre gekümmert, der die Soldaten getötet hat. Wenigstens etwas. Aber ja, die Wildschweine, die umgehe ich jetzt dezent. So, Reise fortsetzen nach Moabrück. Mal gucken, was uns da jetzt alles wieder erwartet. Vor allem nach dieser tollen Prophezeiung, die wir gekriegt haben in Talon. So, Reise. So, Reise. So, Reise. So, Reise.